In dieser Lektion geht es um Android Wear. Dabei werden wir klären, was ist eigentlich Android Wear, was ist ein Wearable, wie bekomme ich das genutzt und wie bekomme ich meine App auf Android Wear installiert. Gehen wir also der Frage nach, was ist Android Wear. Android Wear ist eine Variante des Android-Systems, die auf Geräten läuft, die man am Körper trägt, sogenannten Wearables. Das ist eigentlich ein vollständiges Android-System, was da läuft, das ein bisschen abgespeckt wurde, sprich einige Java-Packages, wie zum Beispiel Funktionen zum Drucken von Dokumenten, fehlen auf diesen Geräten, was natürlich aber auch klar ist, denn diese Geräte haben selber überhaupt gar keinen Anschluss zum Drucken. Das heißt, diese Geräte sind am Körper ihres Trägers und befinden sich in Bluetooth-Kontakt zu dem Handy der Person und übermitteln also über dieses Handy die Informationen. Diese Geräte selber haben keine Möglichkeit oder meistens keine Möglichkeit, direkt ins Internet zu gehen. Hier in diesem Fall bei der Moto 360, also dieser Uhr, dieser sogenannten Smartwatch, ist das genau der Fall. Die hat also keine SIM-Karte, mit der sie ins Handy kann. Die hat auch keinen WLAN-Anschluss, also keine Antenne, sondern die hat eben nur eine Bluetooth-Antenne, mit der sie sich mit dem Handy verbinden kann. Das Setup ist dann so, ich habe sozusagen mein Haupt-Android-Device, das wäre das Handy der Person. Und dann habe ich mein Android-Ware-Device, das wäre jetzt in unserem Fall die Uhr. Und dieser blaue Kasten soll jetzt hier das Android-System darstellen. Wie gesagt, das Android-System, was auf der Uhr läuft, ist fast dasselbe wie das System, was auf dem Handy selbst läuft. Diese beiden Geräte stehen wie gesagt über Bluetooth in Kontakt und die große Neuerung, die an dieser Stelle das überhaupt möglich gemacht hat, ist die Erweiterung des Bluetooth-Standards auf den sogenannten Bluetooth-Low-Energy-Standard, also niedriger Energieverbrauch. Und das heißt, dass die Uhr mit dem Handy dauerhaft über Bluetooth in Kontakt ist und mit einer sehr kleinen Bandbreite, aber mit sehr wenig Energieverbrauch eben mit dem Handy dauerhaft in Kontakt sein kann. Sprich, wenn auf dem Handy was passiert, kann es diese Information sofort an die Uhr schicken und wenn auf der Uhr was passiert, dann kann es die Information sofort ans Handy schicken. Diese Bluetooth-Low-Energy-Verbindung wird über den Play Store aufrechterhalten. Das heißt, ich habe auf meinem Android-Gerät die App, nämlich den Google Play Store installiert und zusätzlich noch die Android-Ware-Anwendung installiert und die halten eben mit dem Play Store auf dem Android-Ware-Gerät diese Verbindung aufrecht. So, jetzt frage ich mich, wie ich Informationen auf das Android-Ware-Gerät bekommen kann. Das ist das Entscheidende. Und da gibt es zwei Möglichkeiten und die zwei Möglichkeiten wollen wir uns im Folgenden angucken. Bisher haben wir auf dem Handy einfach eine App installiert. Das war ja das, was wir bisher die ganze Zeit entwickelt haben, eine App für ein Handy. Und die einfachste Möglichkeit, wie diese App jetzt Informationen auf die Uhr bekommen kann, ist, dass die App einfach eine ganz normale Notification erst mal auf dem Handy selbst anzeigt. Und wenn jetzt diese Android-Ware-Anwendung richtig konfiguriert ist, dann fragt die diese Notification ab, also erkennt, dass jetzt auf dem Handy eine Notification angezeigt werden soll und überträgt eine Kopie dieser Notification an das Android-Ware-Device. Und auf dem Android-Ware-Device wird dann eine Variante dieser Notification eben angepasst für Wear-Devices angezeigt, die aber im Prinzip denselben Inhalt hat. Ein Beispiel könnte sein, dass ich hier meinen E-Mail-Client habe. Der E-Mail-Client zeigt mir eine Notification an, es ist eine neue E-Mail angekommen. Und automatisch über dieses Setup wird dann auf der Uhr auch angezeigt, es ist eine neue E-Mail angekommen. Und wenn dann in der Notification zum Beispiel das Symbol der E-Mail-App drin ist, wenn da der Absender drin steht, wenn da die ersten paar Sätze des Textes der E-Mail drin stehen, dann wird diese Notification wirklich auf dem Wear-Device angezeigt. Und dann kann der Benutzer eben auf seine Uhr schauen und muss nicht extra sein Handy rausholen, um zu überprüfen, was ist da gerade angekommen. Die Uhr kann natürlich auch vibrieren, falls eine Notification ankommt. Das ist aber nicht zwingend Voraussetzung. Aber der Benutzer kann eben auf seiner Uhr angucken, ja, was sind denn die ersten Sätze dieser E-Mail und kann diese Notification dann wegstreichen, also zur Seite schieben. Damit verschwindet sie auf der Uhr und auf dem Handy. Oder er kann eben sagen, ich will die jetzt angucken. Dann kann er vielleicht ein paar mehr Sätze noch auf der Uhr lesen. Oder er öffnet die Notification, dann startet diese App auf dem Android-Device eine zweite Activity. Das schauen wir uns jetzt an, wie dieses Setup funktioniert. So, dazu starten wir jetzt erstmal die Anwendung aus einer früheren Lektion, die eine Notification auf einem Handy anzeigt. Die starte ich jetzt auf dem Handy und lasse eine Notification anzeigen. Wir haben jetzt im Notification-Tray die Notification drin. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, dann haben wir hier die Notification, die eins zu eins die Notification vom Handy anzeigt. Wenn ich jetzt nach rechts gehe, dann habe ich genau die Actions aus der Notification, die kann ich auslösen. Diese Actions triggern allerdings eine Aktion auf dem Handy. Das heißt, mit Notifications kann ich Informationen anzeigen und auch Aktionen auf dem Handy triggern. Schauen wir uns die andere Möglichkeit an. Die andere Möglichkeit, Informationen auf die Uhr zu bekommen, ist, dass ich zusätzlich zu meiner App für das Handy eine App für die Uhr entwickle. Diese App für die Uhr ist fast eine ganz normale Android-App und die wird dann über die Google Play Services eben mit der App auf dem Handy indirekt kommunizieren. Schauen wir uns das an. Zunächst mal brauche ich ein Projekt mit zwei Apps. Das kann ich mir über diesen Project Wizard anlegen, indem ich zusätzlich zu der App für Phone und Tablets eben diese App für Android Wear mir generieren lasse. Natürlich habe ich, wenn ich diese zwei Apps entwickle, doppelten Entwicklungsaufwand, wenn man so will. Auf jeden Fall mehr, als wenn ich nur diese App für Phone und Tablet entwickle, die Notifications anzeigt. Aber ich kann eben mit dieser Wear-App eine eigene Oberfläche wirklich auf der Uhr programmieren. Und das habe ich schon mal gemacht. Das ist dieses Projekt-Setup. Beide Projekte verwenden diese Verbindung zu den Google Play Services, um miteinander zu kommunizieren. Das haben wir zum Beispiel in der App für Google Maps schon gesehen, wie das funktioniert. Also wie ich diese Anbindung an die Google Play Services verwende. Ich zeige aber gleich, wie wir diese Kommunikation wirklich hinkriegen. Zunächst schauen wir uns mal die Spezialitäten der Android Wear-App an. Diese Android Wear-App gibt hier erstmal mit Uses Feature Type Watch an, dass sie eben wirklich nur auf Uhren installiert werden kann. Diese Android Wear-App wird hier aus der Entwicklungsumgebung separat gestartet, wenn man das Debugging-Setup für Android Wear gemacht hat. Das kann man in der Dokumentation von Android nachlesen. In der App, die aber wirklich in den Play Store dann reinkommt, da wird hier in dem APK, was aus diesem Mobile-Projekt generiert wird, da wird das APK für die Wear-Anbindung mit reingepackt, sodass dann auf dem Handy, auf dem diese Mobile-Anwendung installiert wird, entdeckt werden kann, okay, da ist eine Anwendung für eine zugehörige Uhr hinterlegt und dann wird auf der Uhr diese Anwendung automatisch mit installiert. Dass dem so ist, sieht man hier in dem Projekt, da wird nämlich die Wear-App referenziert, eben also aus diesem Mobile-Projekt wird die Wear-App referenziert und die wird in das APK mit reingepackt. So. Schauen wir uns jetzt die Unterschiede an, wie sich eine Wear-App von einer Mobile-App unterscheidet und das ist hauptsächlich die Oberfläche. Die Oberfläche sieht anders aus und das sieht man auch schon in den automatisch generierten Layouts. Zunächst mal habe ich hier diese Main Activity und wie gehabt inflatet die dieses Layout Activity Main. Das funktioniert wie gehabt unter dem ganz normalen Android, eben nicht Wear. Und die erste Besonderheit ist, dass hier ein Watch-View-Stop inflatet wird. Das sorgt dafür, dass in Abhängigkeit davon, ob die Uhr, auf der diese App läuft, rund oder rechteckig ist, also sprich ein Display besitzt, was rund ist oder ein Display besitzt, was rechteckig ist, dass in Abhängigkeit davon entweder Racked Activity Main, also für Rectangle inflatet wird oder Round Activity Main. Man muss jetzt dafür sorgen, dass diese Layouts entsprechende Funktionalität haben. In unserem Fall ist das nur ein Button. Aber das Entscheidende ist eben, dass ich in beiden Layouts, also hier die Vorschau an sich ist falsch, also eigentlich ist das, hier ist sie richtig, da ist die Vorschau jetzt rechteckig. Aber hier ist sie eigentlich falsch. Hier muss ich sie eigentlich rund zeigen. Und ich muss eben gucken, dass dieser Button eben ordentlich sichtbar ist und eben zum Beispiel nicht in die Ecke rutscht, wo er gar nicht mehr sichtbar wäre. Da sieht man hier jetzt in dem Fall, wenn ich mir natürlich das rechteckige Layout unter der runden Vorschau und gucke, das wird natürlich in der Praxis so nie angezeigt werden. Dafür machen wir ja genau die Unterscheidung zwischen rechteckig und rund. Aber hier sieht man das Problem. Dann müsste ich also diesen Text entweder weiter nach unten oder weiter nach rechts bewegen, damit der Benutzer ihn überhaupt lesen kann. Dafür gibt es diese Unterscheidung. Abgesehen davon funktioniert diese App ganz genauso wie eine ganz normale Android App. Das heißt also, in der Main Activity machen wir eben auch diesen Aufruf auf Set Content View R Layout Activity Main und da wird das Layout für die Uhr inflated. So, wir müssen jetzt noch zwei Sachen sicherstellen und das eine ist, dass wir einen Pfad haben, wie diese Main Activity auf der Uhr tatsächlich gestartet werden kann. Denn die Standardansicht auf eine Uhr ist eigentlich nur, wenn man so will, eine Liste der Notifications, die auf der Uhr gerade angezeigt werden sollen. Und das heißt, wir müssen eine Notification machen, über die wir die Main Activity starten können. Und dazu habe ich hier einen Service gebaut. Der Service, das haben wir ja schon mal in der vergangenen Lektion gesehen, kann eine Notification angeben, die repräsentiert, dass er läuft. Und an dieser Notification hängen wir eine Action an. Das heißt, da wird ein Button hinzugefügt zu dieser Notification, der es ermöglicht, ein Intent abzuschicken. Und der Intent, der dann abgeschickt werden soll, ist eben genau der Intent, dass die Activity Main gestartet werden soll. Die wird im Übrigen aus der Entwicklungsumgebung heraus automatisch gestartet, wenn man hier auf Play klickt. Da rufen wir Start Service auf und der läuft dann aus der Entwicklungsumgebung heraus. So, jetzt müssen wir noch eine andere Sache machen und zwar kann es sein, dass die Uhr neu gestartet wird. Dazu habe ich hier einen Broadcast Receiver registriert, der auf das Event BootCompleted horcht. Und dieser Intent wird gefeuert, nachdem das System eben gerade neu gestartet hat. In diesem Broadcast Receiver mache ich eben auch einen Aufruf, nämlich Start Service, Notification Service und darüber habe ich eben diese Notification wieder im System drin. Die andere Sache, die diese App insgesamt macht, ist, dass sie sich mit dem Google API Client verbindet. Und das macht sie eben genau hier. In dieser Methode, wenn das Layout korrekt inflated wurde, ruft sie hier unsere Methode Connect to Google API auf. Und diese Methode baut dann ein Google API Client zusammen und ruft auf dem Connect auf, fordert das Wearable API an und wird dann irgendwann später zurück aufgerufen, wenn diese Verbindung zu den Google Play Services hergestellt wurde. Dann setzen wir auf den Button Enabled auf True. Das heißt, dann ist er plötzlich klickbar. Wenn er dann klickbar ist, dann kann also dieser On-Click-Listener vom Benutzer getriggert werden, wenn er dann tatsächlich drauf drückt. Was wir dann machen ist, dass wir aufrufen Send Message to all Nodes. Das ist auch eine eigene Methode und die verwendet jetzt eben das Wearable Node API, um erstmal herauszufinden, welche Geräte sind denn hier in diesem Bluetooth-Verbund drin, die ich benachrichtigen kann, dass etwas passiert ist. Und darüber iterieren wir über dieses Ergebnis von diesem Get Connected Nodes Aufruf. Und da müssen wir jetzt nochmal in den Hintergrund gehen. Deswegen erzeugen wir jeweils für jedes verbundene Gerät ein Async-Task. Und in diesem Async-Task rufen wir dann schließlich Send Message auf und schicken an das verbundene Gerät diese Nachricht Hallo von der Uhr. Und zwar als Byte Array. Deswegen rufe ich auf diesem String hier Get Bytes auf. Wir übergeben hier noch einen Path. Dieser Path ist einfach so eine Kategorisierung der Nachricht und der sagt, welchen Betreff hat eigentlich diese Nachricht. Und hier sagen wir, unsere Nachricht betrifft die Main Activity. Und jetzt schauen wir uns die andere Seite an. Also das war ja hier die Sendeseite der Nachricht. Jetzt schauen wir uns hier die Empfangsseite der Nachricht an. Im Übrigen, ob ich die Nachricht von einem Handy empfange oder ob ich die von der Uhr empfange oder jeweils sende, ist völlig egal. Das funktioniert genau parallel. In unserer Demo-App sende ich halt immer Nachrichten von der Uhr an das Handy. Jetzt auf dem Handy muss ich jetzt die Nachricht empfangen. Das mache ich, dass ich auf dem Google API Client einen Message Listener registriere. Dieser Message Listener ist die Implementation von einem Interface, nämlich Message Listener eben. Und der macht genau eine Sache, nämlich der überprüft, hat diese Nachricht, die hier reinkommt, hat die genau diesen Pfad gesetzt, den wir da eben erwarten. Und übrigens sollte hier Equals stehen. Das sehe ich gerade. Und dann, wenn dem so ist, dann hängt sie den empfangenen Text an, ein Text fällt an, was die Nachricht in der Activity, die auf dem Handy offen ist, anhängt. Ja, das ist das Szenario und das können wir uns jetzt anschauen. Ich starte jetzt die Handy-App erstmal. Dazu wähle ich Mobile aus und starte die. Die Wearable-App würde ich ganz genauso starten, indem ich hier Wear wähle und dann auf Start klicke. Das dauert allerdings eine ganze Weile, um die auf die Uhr zu übertragen. Deswegen habe ich das schon im Vorfeld der Aufnahme gemacht. Schauen wir uns das auf der Uhr an. Auf der Uhr weiß ich jetzt gar nicht, ob die Main Activity der Wearable-App aufgegangen ist. Denn jedes Mal, wenn das Display der Uhr ausgeht, setzt sich sozusagen die Oberfläche in ihren Grundzustand zurück. Und das ist eben genau diese Uhr mit diesem Anreißen der obersten Notification. Das heißt, ich brauche jetzt auf der Uhr erstmal eine Möglichkeit, um meine Main Activity auf der Uhr tatsächlich zu starten. Dazu hat unsere App eine Notification registriert. Das ist diese. Und diese Notification besitzt eine Action. Und wenn ich diese Action triggere, dann öffnet sich tatsächlich die Main Activity auf der Uhr. In der Main Activity kann ich jetzt den Button drücken. Der Button wird den Button Listener triggern. Der Button Listener wird eine Nachricht an Google Play Services auf der Uhr schicken. Die überträgt die Nachricht an die Google Play Services auf dem Handy. Und die schicken uns dann eine Benachrichtigung weiter an unseren Message Listener. Und der Message Listener hat die Nachricht als Text eben an unsere Textanzeige angehängt. Das kann ich wiederholen. Und so funktioniert eben die Kommunikation zwischen Uhr und Handy.